So Leute, es ist jetzt ein Infovideo. Einige Infos sind darin enthalten. Zum Beispiel, warum geht es jetzt gerade nicht mit Hyrodus Talk weiter? Also die Dinger werden immer aufwendiger und ich habe das Gefühl, je aufwendiger wir werden, desto weniger wird es irgendwie gewürdigt. Wir haben jetzt auf dem Kanal Mösterafurz etwa 300 Abonnenten. Hurra. Und für 300 Abonnenten, also 300 Leute, die das in ihrer Startseite angezeigt kriegen, wenn ich ein neues Video hochlade. Davon, ich zeige euch das mal, meinen neuesten. Davon kriegen das bis jetzt 94. Ich gebe mir Mühe, ich schreibe Leute an, ich gehe in Livestreams, gucke halt, dass ich irgendwie Leute rankriege, such mir irgendwelche Beats, schreibe mir Rap-Texte, bereite das halt alles vor für euch und dann kommt es halt einfach nicht so weit, dass ich mal auch dementsprechend, dass es halt auch sich lohnt, dass das mit Aufrufen gewürdigt wird. Ich werde das jetzt, ich werde das jetzt hier vorübergehend abbrechen, den Talk und weil das sich einfach nicht lohnt für mich jetzt mit diesem Format, mit diesem Aufwand, den ich da betreibe und die wenige Anerkennung, die ich dafür bekomme. So zum hier so sinnlos, so sinnlos dummen Videos, ja. So hier dieses 11-Sekunden-Video, wo die einfach nur irgendwie rumspringen, ja. Das bekommt 237 Aufrufe, ja, da gibt's nix mit Aufwand, da gibt sich keiner Mühe, da bereitet sich keiner drauf vor, ja. Gut, das mit dem Greenscreen verstehe ich mit dem Ödland, dass das ein bisschen mehr gewürdigt wird, weil da auch ein bisschen mehr Aufwand dahinter steckt. Aber ich werde jetzt einfach ein anderes Format machen, also ein kleines Übergangsformat und dann halt noch ein richtig neues, was wieder aufwendiger wird für euch. Und ich hoffe, das gucken Sie sich ja noch mehr an, weil wenn sich das ein Drittel nur anguckt, was bringt mir das? Was bringt mir das? Ernsthaft? Hier, wir können ja mal gucken. Hier, da schießt ein Typ mit dem Ball, ja, schießt mich ab. 300 Aufrufe, Herodestalk 19, 97 Aufrufe, nicht mal 100. Herodestalk 18, gerade mal 78. Was ist denn für mich da noch der Grund weiterzumachen? So, es gibt jetzt halt demnächst das neue Format, ich lade das dann hoch. Habe ich mir mal ein paar Ideen gesammelt, mal was Neues, vielleicht könntet ihr euch das mal, vielleicht findet ihr das gut, guckt euch das dann etwas öfter an. Und dann schaue ich mal, ob meine Existenz soweit dann noch überhaupt Anerkennung findet auf dem Kanal. Mit dem neuen Format dann. Und dem ganz neuen. So, ich habe mich jetzt schon wieder viel zu doll aufgeregt, bald geht es wieder weiter mit guter Laune. Und, ja, ich versuche jetzt einfach mal zu gucken, wie es weitergeht.